Herzlich willkommen zu diesem dritten kleinen thematischen Video hier in der Reihe Digitale Lehre. Ich würde mich heute gerne einem weiteren Input-Format zuwenden, nämlich dem Audio-Input und seiner Bedeutung für die Aktivierung von Studierenden in der digitalen oder hybriden Lehre. Der Hintergrund ist der, dass ich in den letzten beiden Videos über Input-Videos gesprochen habe und vielleicht einmal ganz kurz dahin blende, nämlich um zu zeigen, dass mit Input-Videos folgendes möglich ist, dass man Wissensvermittlungen aus den Präsenzphasen auslagert und den Veranstaltungen vorsetzt. Jetzt ist die Frage natürlich aber, wie gehe ich denn mit zum Beispiel in den Einführungsvorlesungen oder Einführungskursen mit dem Bereich, um den ich beschrieben habe, mit der Frage, wie man Studierende aktiviert, wie man aktuelle Aufgaben zur Verfügung stellt oder wie man bestimmte Fragen und Diskussionen anregt, die je an aktuellen Beispielen sich orientieren. Dafür sollte der Aufwand natürlich sehr viel kleiner sein als für die Entwicklung von Präsenzformaten und dafür sind Audio-Formate ideal geeignet. Audio-Formate meine ich hier, genuin produzierte MP3s, zum Beispiel mit dem Tool Outer City. Wie immer verlinke ich entweder weitere Tutorials zu diesem Tool oder den Link zu diesem Tool direkt selbst in der Beschreibung des Videos und ich würde Ihnen ganz gerne zeigen, wie Sie das an einer typischen Vorlesungssequenz in der hybriden oder digitalen Lehre einsetzen können. Nicht empfehlen kann ich vertonte PowerPoint-Präsentationen. Ich weiß, das ist beliebt und weil es einfach ist, aber Sie können mit vertonten PowerPoint-Präsentationen tatsächlich sehr, sehr wenig nur erreichen, denn die dort hinterlegten Audios können Sie nicht extrahieren und in andere Kontexte einspeisen, was sehr schade ist, denn dieser vorproduzierte Inhalt ist dann an die PowerPoint-Präsentationen gebunden. Also Inputvideos zur Wissensvermittlung und zur Auslagerung von Wissen aus den Präsenzphasen und die Audio-Inputs zur Aktivierung und Motivation für die Präsenzphase. Ganz kurz blende ich um auf einen anderen Screen, um Ihnen das zu illustrieren. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Rekapitulation. Wir hatten die Input-Phase, die wir zum Beispiel mit 45 Minuten, maximal 45 Minuten Video realisieren. Dann haben wir idealerweise einen Einführungskurs in Präsenzphase, Präsenz oder im Zweifelsfall, wenn das nicht möglich sein kann, in der sogenannten Matrix. Und dann ging es hier um diesen Transfer, nämlich erstmal Wissens-Transfer und Aktivierung. Und für diese Aktivierung hatte ich aktuelle Beispiele, aktuelle Beispiele und vor allen Dingen dann die, neben den aktuellen Beispielen, die Diskussion von und dort Fragen, die eine Diskussion zur Vorstrukturierung von Diskussionen. Und genau für diesen Punkt, also das heißt, den Transfer von oder für diese Aktivierung, die in eine Präsenzphase vorbereiten soll, sind idealerweise geeignet Audio-Formate. Ja, also das heißt Audio-Formate, Audio-Input für diese Aktivierungsphase. Und diesen Audio-Input realisieren Sie am besten mit einem herkömmlichen Tool, also einer Audioaufnahme zum Beispiel in Outer City. Und können dieses MP3, das Sie dann hier produzieren, entweder per Mail oder in einem CMS, also dem Web-CMS der TU Dresden zum Beispiel, via Opal, ebenfalls TU Dresden oder einfach via Track & Drop in der Matrix platzieren, sodass Sie hier mit sehr wenig Aufwand eine Brücke bauen zu den Einführungskursen Ihrer Seminars, wenn Sie sehr standardisierte und vor allen Dingen festgelegte Input-Videos haben, die tatsächlich nur Wissen präsentieren. Diese Möglichkeit, diese Brücke zu schlagen, ist auch eine sehr sinnvolle, denn Sie wechseln damit das Medium, also das heißt, Sie wechseln von einer Medienpräsentation mit Video über eine Aktivierung via Audio und damit erreichen Sie die Studierenden sehr einfach und sehr schnell. Und zwar nicht nur auf den gängigen Wegen, sondern Audio-Files lassen sich auch sehr schnell mit mobilen Devices teilen und weitergeben. Das ist ebenfalls ein großer Vorteil. Ich kann also Ihnen nur empfehlen, Audio-Formate einzusetzen, um Studierende in dieser Phase zu aktivieren. Es ist ein asynchrones Format, denn auch diese Aufgaben, aktuell Beispielanalysen und die Fragen zur Vorstrukturierung von Diskussionen können Sie natürlich vorproduzieren und Sie können diesen Audio-Input freilich auch noch durch eine einfache Aufgabenstellung stützen, indem Sie zum Beispiel ein Arbeitsblatt mit dazugeben oder das digitale Zitat, also das heißt, wir haben hier nicht nur ein Audio-Input, sondern möglicherweise auch noch ein PDF im Hintergrund, dass Sie nur noch auskommentieren und hier die Aufgaben zum Beispiel nochmal erläutern. Auch dieses können Sie teilen per E-Mail, per Web-CMS, per Opal und in der Matrix, ohne ein separates Video aufnehmen zu müssen, wenn Ihre Dateien im Moment zumindest in der Matrix 10 MB nicht überschreiten. Zu diesen kleineren Formen kann ich nur ermuntern, sie funktionieren wunderbar und ergänzen das Portfolio, um wieder auf die Präsentation zurückzuschalten, ergänzen das Portfolio in einer besonderen Art und Weise und Sie haben dann ein relativ feststehendes Input-Video mit den Wissensinhalten, die Sie transferieren wollen. Den Audio-Input zum Beispiel auch gestützt mit einem PDF nutzen Sie zur Aktivierung und dann haben Sie in der Präsenzphase die Gelegenheit miteinander das Material zu bearbeiten und zu diskutieren. Ich hoffe, dass auch dieses Angebot und diese Möglichkeit, die Brücke zu schlagen, Ihnen hilft bei der Vorbereitung eines hybriden Formates oder eines rein digitalen Formates. Das wird man sehen und würde mich freuen, wenn Sie dann zur nächsten Folge wieder einschalten. Da wird es vor allen Dingen darum gehen, wie man mit Studierenden in der Präsenzphase oder auch in einem digitalen Seminarraum interagieren kann, um zum Beispiel Inhalte abzustimmen, Ad-Hoc-Umfragen durchzuführen und so weiter und so fort. Und der letzte Teil wird dann sein, dass ich Ihnen eine Reihe von kollaborativen Tools vorstelle, mit denen Sie im Seminar in der Präsenzphase arbeiten können. Das soll es für heute gewesen sein und ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und freue mich, wenn Sie die Anregungen kommentieren und Fragen dazu stellen.